dann schauen wir mal wer da kommt so machen wir hier erstmal stop so dann brauchen wir ein paar analysedaten damit ich sehe wer wann hier was oh warte mal ich muss noch streamlabs starten sehe ich gerade oh hallo jetzt habe ich gar nicht aufgepasst das sind so viele leute joker dennis onohan chronox unicorn small paper danny ditl leute ich war schon wieder auf gar nichts vorbereitet habe jetzt einfach mal gestartet servus was geht ab mark mark ist da alter geht das schnell wo kommt ihr auf einmal im alle her 11 seppel deppel der kokot nascher heute gibt es katherine mark wir spielen heute katherine und der kundige kreisfachmann der weiß der weiß dass damit alles angefangen hat goblen alter nabend kati ist auch wieder da atom a gg gamer pandora ente hallo was geht ab ok evtl amt kommt der geile wald gehino wald Ach, das Spiel. Naja, so pervers ist das Spiel ja gar nicht. Damit hat alles angefangen, Freunde. Der kunige Kreisfachmann vor ungefähr sechs Jahren, fast sieben Jahren, habe ich mit diesem Spiel mein allererstes YouTube-Video hochgeladen. Auf meinem allerersten damals kleinen Kreisel-Kanal. Lange ist's her. So, ich würde sagen, ich starte mal Catherine. Also, Freunde, heute war ja Worst-Case-Szenario-Tag eigentlich, ne? Also wirklich, heute war... Oh Gott. Heute war ja super dramatischer Tag, ja. Ich bin heute Morgen wach geworden, wollte die kurz in den Kindergarten bringen. Oh, warte. Warum ist das so laut? Und dann ist mir aufgefallen, irgendwie, keine Ahnung, Handy von Frau liegt noch da, Licht ist überall an. Und da habe ich mich gefragt, hier ist doch irgendwas im Argen. Äh, Konfiguration. Fenster-Modus. Achso, muss ich das anwenden. Okay. Audio, Moment. Wir machen... So, jetzt kann ich das hier wieder ein bisschen hochdrehen. Ähm. Naja, eine Frau war noch da. Hat sich mit dem Auto festgefahren, Reifen ist geplatzt hinten, weil sie sich so tief in die Erde gefräst hat, dass sie um Mantelung kaputt gegangen ist. Dann, BMW hat so ein... Weißt du, standen wir mitten in der Einfahrt. Dann hatten wir mega Glück, dass ein vom Himmel gesendeter Mann mit einem Bagger vorbeifuhr und gesehen hat, oh, die brauchen Help. Ja, dann hat er uns... Hat er das Auto aus den Löchern gezogen. Oh. Hat dann, ähm... Hier, so die Einfahrt und so halt freigeräumt. Gut, das ist auch noch ein bisschen öffentlich hier und so, aber boah, und es hat nicht aufgehört zu schneiden. Ich habe dreimal wieder Schnee geschaufelt, damit man überhaupt irgendwie von hier bis zur Garage beziehungsweise zum Carport oder zum Schuppen gehen kann. Und... Alter, es war so hardcore, ne? Und dann war halt der Reifen noch im Arsch und dann mussten wir erst einen Sommerreifen aufziehen und damit kurz hier zum nächsten Reifenhändler fahren. Da hat es dann zwei Stunden gedauert, bis die dann neue Winterreifen hinten drauf gezogen haben. Puh. Ganzen Tag wach gewesen, ganzen Tag Schnee geschaufelt. Es wird immer schlimmer, ey. So, ähm... Dann gehen wir doch mal hier drauf und gehen noch mal da drauf und gehen noch mal da. Dann müsste ich euch hier Catherine irgendwie rein Spacen. Enjoy our story by taking control of our tormented main character. Okay, geil. Stream lagged? Hm. Ich habe 0% ausgelassene Frames. 30 FPS. CPU-Auslastung 10%. Läuft doch. Ja, das sind wieder irgendwo... Vielleicht sind... Siehste, Exi läuft wieder 1. Lagged nicht. Niklas, wie ich meine Soundeffekte mache mit meinem Stream Deck. HD, keine lags, siehste. So, wir machen Story-Mode, oder? Yeah, from the beginning. Keine Ahnung. Normal, oder? Für Erfahrene genau das Richtige für dich steht da. Wir machen normal, oder? Oh, ich mich rasiert habe. Nein. Ich war vorhin baden. Hol dir einen Snack. Okay. Ich habe einen Snack. Shakespeare. Wie es euch gefällt. Die Welt ist eine Bühne. Okay. Wo ich wohne, in Bayern. ganz tief drin, in Bayern. Wenn die Nachtske felsen mit glamour, eine schöne Geschichte erwartet Sie. Guten Abend. Willkommen zu der Künstler Playhouse. Ihr Guide für die Nacht ist mir, die Midnight Venus, Trisha. Morgen im Stream Schneemann bauen. Alter, der größte Schneemann. Na toll. Eine Erdbeere auf dem Kopf. Ne, Alter. Was für ein Playboy. Sie sind mega, den Busch. Sehr kapitaler Busch. Das ist natürlich Fake. Alle denken jetzt, oh, das sind ihre Haare. Aber eigentlich ist das ihr Bart, der nach oben wächst. Hey, where'd you go? Snap out of it. Was ist passiert? Were you even listening? Sure. Pause. Pause. Warum ist das Spiel auf einmal weg? Was stimmt mit diesem Gerät nicht? Ah. ... ... ... Ich habe zu arbeiten früh am Morgen. Alter! Was ist passiert? Ja, das wüsste ich auch gern. Konfiguration. Grafik. Tja, Leute. Bester Stream ever, oder, Bladislam? Ein alt F4 hilft immer. Okay. Äh... Warum hat es nicht funktioniert? Was ist passiert? Ding. Okay, das war ein doofes Geräusch. Da ist es wieder. Der exzentrische Affe. Ja, jetzt haben wir noch Rand. Ich bin immer... Enjoy... Huh. jetzt müssen wir natürlich gucken ob wir den ersten part überspringen können namen das haben wir auch gesehen habt ihr das schon gesehen da ist es vorhin irgendwie abgeschissene es ist schon wieder weg was ist das das ist nicht normal oder was hat denn dieses spiel spielaufnahme eigenschaften so ansonsten ist es irgendwie blöd ansonsten ist das irgendwie verwirrend kann ich vielleicht es geht auch nicht er träumt von schafen wir schauen noch mal wir sollten ja wenn jemand mal das heilige spaghetti monster eventuell stören will gerade wenn ich das spiel zart berühre ich weiß nicht was da los ist ja 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 j ja 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 erstmal ja ja Ich probiere es mal anders. Ich probiere es mal so. So. Muss ich aber das Dashboard noch hier rüberziehen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob es jetzt klappt. Aber da war schon so ein komisches Geräusch gerade. Jetzt geht mein Controller nicht, oder was? Skippt. Noch haben wir Bild. Da wollte es gerade wieder verschwinden, oder? Habt ihr es gesehen? Es hat so gezuckt. Guck mal, ich kann ja mal meine Kamera während der Zwischensequenzen ausmachen. Dann ist es ein bisschen Geilora, oder? Ein Geilowald. König von Wurstfeld. Atom A heißt auch Vincent. Ja, du bist anscheinend ganz wilder. Ist das japanische Rap-Musik, oder was ist das? Servus, Timo. Was geht ab? Gute Nacht, Yolokeks. Da ist er, der alte Vincent, der Gehörnte. Ich erinnere mich kaum noch an das Spiel. Ne, Freunde, für die Insider noch mal. Harte Insider-Informationen. Ja, mit dem Schmarrn hier hat alles angefangen. Mit dem Schmarrn-Spiel hat Kreis sein erstes YouTube-Video hochgeladen. Vor fast sieben Jahren. Ist hier jemand? Mein Controller ist hier nicht mehr. Will denn diese Welt mich irgendwie verarschen? Oh, warte, ich muss eben meine Kamera mal kurz... Ich schieb die mal... Oh. Jetzt hab ich das Spiel verschoben. Spiel weg. Nein, da ist noch schwarz. Da jetzt... So. Äh, Kamera. Kamera, Kamera ist da. Hallo, ich kann fliegen. So, haben wir in allen Ecken was versteckt. Ja, fang an zu klettern. Ich will ja. Aber lass... Er lässt mich nicht ran da. Warte mal, kann ich... Wie komm ich in die... Wer bist du? Sparre deine Brust und fang an zu klettern. Okay. Die reden ja selber. Der Boden des Levels bricht auseinander. Ich will aber nicht WASD benutzen. Also, ihr seht's. Ja. Passiert nix. Hahaha. Dann spielen wir es halt mit Maus und Tastatur. Es wird schon irgendwie gehen. Okay. Wir müssen nur nach oben klettern. Das ist das Ziel des Spiels. Hinter uns ist meistens irgendwas Verrücktes. Okay. Die was? Die Enter-Taste? Hä? Echt jetzt? Okay. Dann spielen wir es halt so. Ein mystisches Kissen. Okay. I got it. Äh. Äh. Ja, und nu? Ach so. Okay, okay. Und hoch. Guck mal, Eraser. Eraser glaubt, sie stürzt neun. Eine Blöcke unbedacht verschiebst. Äh, okay. Und dann edscht man hier. Okay, so weit kann ich das Spiel noch. Diese Kletter-Rätsel werden halt immer schwieriger. Äh, schwieriger, genau. Erika wird schwieriger. So, jetzt kommt was sehr Wichtiges. Hör gut zu und vergiss nicht, was ich jetzt sage. Alles gleich, hör zu. Wir hören genau zu. Hört ihr zu. Ruhe, jetzt. Auch im Discord, bitte. Leise. These blocks aren't normal. They'll lock in the place and support your weight. Even if they're only touching by their edges. What's that supposed to mean? They couldn't... Even if a block has nothing directly under it. As long as it's... The edges go blue-ish-white and making a connection. Ja, ja, probier's mal aus. Ich probier's aus. Pass auf, so. Alles easy. Äh. Wie komm ich jetzt an den Block, ist die Frage. Ich will die Münzen. Okay, das war trotzdem blöd. Jetzt komm ich da nämlich nicht mehr hoch. Kreis, das hast du getan. Oh nein. Wie kann ich das wieder... Mit welcher Taste kann ich das rückgängig machen? Ah, okay, okay, okay. Ähm. Äh. Komm mal auf hier. Nee, das bringt gar nix. Okay, dann da hoch. Rausziehen. Okay, wir machen das anders. Komm ich halt nicht an die Münzen. Wie soll ich denn da jetzt? Rüber damit. Alter. 200 IQ. 200 IQ, Leute. Ist geschafft. Äh, siehst du, wie die Kanten sich miteinander... Das ergibt keinen Sinn. Du hast Hörner, das ergibt keinen Sinn. Und ne Herzchenboxer-Shorts und klettern, das kletzt so hoch. Ja, ja. Die Glocken läuten. Äh. Okay. Stufe. Stufe. Zack, zack. Jawoll. Was leuchtet da? Du bekommst einen Tumor. Beeil dich. Okay, ich beeile mich. Hallo, Kuriechen. Was geht ab? Wenn du gerne Männer mit Hörnern in Herzchenunterhosen siehst, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben. So, hinein. Äh. Äh. Ach, ich bin auch hohl. Ich kann den noch... ...pushen. Und dann etscht er. Yes. Ich kann raus durch hier. Heinz, naja, so viel hast du noch nicht verpasst. Das war unsere erste Klettertour, da kommen noch einige. Der gute Vincent ist ein schwerer Nöter und hat was mit einer Frau. Nicht mit der. Mit der vielleicht auch. Deswegen ist sie vielleicht so sauer. Oh, shit. Gut gemacht. Du hast überlebt. Das wird am Ende jedes Lebens. Ha. 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 Ne, ist ja irgendwie blöd. Am Ende jedes Lebens kann das nicht erinnern. Kreis, geh einfach ins Bett. Schlaf. Warum bist du überhaupt noch wach, Alter? Ha, ha, ha. Bronze. Naja. Ich geb mich mit Bronze heute mal zufrieden. Okay, in Zwischensequenzen mach ich die Cam weg. Dann habt ihr ein bisschen mehr vom Bild. Vom Leben. Warum schwitzt der denn so? Terrible dream. Dum, 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 dum. Alter, Captain Cookie. Zwei Euro. Das ist die erste Donation, die ich hier rausgebe. Alter, Captain Cookie. Vielen Dank für die Ehre. Dankeschön. Hat er jetzt geguckt, ob er ins Bett gepinkelt hat? Telefon. Telefon. Gute Nacht, Okami. Gute Nacht, Okami. Hat er, war er jetzt duschen oder pinkeln? Was soll das Geräusch mir sagen? So, are you getting anything extra for this? For what? For all this overtime you're doing. Oh, uh, not this time. Ah, die guten alten Überstunden. You usually get overtime pay? Well, no, but... So, you don't get anything? Er war duschen und pinkeln. Nein, nein, das darf man nur in Schweden. Well, that sounds like you. What's that supposed to mean? Hey, how many years have we been together? Huh? Oh, man. How long has it been? It's been so long, I killed her. Hm. How many years? Ach, die Mutti, eh. She's worried about me. She knows I've got a career that keeps me busy, but... Yeah. I mean, it's easy to keep things like they are now, but... I don't know. And sometimes easy is best, right? I mean, who knows what will happen in the future? I suppose... Tja, wer weiß das schon. Was war denn mit dem los, alter? Voll der Schimmelige. And in other news, we have more on the recent string of unexplained death that seem to be exclusively involving young men. Cause of death is unknown, and while police are investigating accidental causes, foul play has apparently not been ruled out. Hey, change it! The match is on! Coming! Frauen-Catch. Als das Spiel rauskam, wusste man noch nicht, wie groß das am Ende wird. Die haben Pizza. Und die dürfen im Restaurant noch rauchen. Sie sind. Sie sind? Das ist das, was sie gesagt hat. Ihr Job ist immer wichtig für sie. Sie wissen, sie ist immer der ambitious type, nicht wahr? Das bedeutet, dass sie immer so sein wird. Das ist nicht das, was ich meine. Außerdem, du bist auch single. Hey, ich gucke mich für meine Soul-Mate. Ich bin nicht wie du. Ich habe bereits gesagt, meine Frau, dass ich sie nicht interessiert habe. Oh, Alter, ich habe die VIPs noch nicht eingestellt. Neuer VIP! Huge Eggman! Willkommen! Huge Eggman! Das ist doch ein ausgedachter Name. Den gibt es doch gar nicht wirklich. Huge Eggman, Alter. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Und willkommen in der frivolen Bande. 411 Pizzen. Ja. Das wäre geil. Wenn ich so viel Kohle hätte, würde ich euch allen eine Pizza ausgeben. Ich will so eine Turtles Pizza. Gibt es bei euch in der Umgebung eigentlich dieses Kohle Pizza Ding? Da, wo ich früher gewohnt habe, gab es Kohle Pizza. Und da habe ich eine Pizza bestellt. Die sah fast aus wie eine Ninja Turtles Pizza. Oh, er hat wirklich ins Bett gepinkelt. Erzählt man das seinen Freunden bei einer Pizza? Ja. Ich hatte einen wirklich schrecklichen Traum. Aber ich weiß nicht, was es war. Oh Mann. Wie alt bist du? 32. Ich weiß das. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich muss das nicht hören. Shut up. Ich war wirklich schrecklich schrecklich. Okay? Oh, wo geht ihr euch? Steig auf. Ich will nicht nach Hause. Ich will nur... Also... Also? Wieso? Wieso haben wir dich hier nicht? Nein. Ich habe sie heute gesehen. Ich bin froh, dass sie mich verrückt hat, wenn ich sie gesagt habe. Ah, jeez. Was sieht sie in diesem jungen Mann? Sorry, aber ich muss morgen morgen sein. Ich trinke nicht zu viel, okay? Wollt ihr ein bisschen mehr In-Game Sound? Take care, Vince. See you later. Kann ich aber wahrscheinlich erst gleich machen. Ich Font, du hast via E-Learn 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 e-Learn. Du hast es gelopft, тебе fug salir gereät. Mein Tag. Die E-Learn 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 e-Learn... Weil... Du kannst deine Textmessagen anschauen. Einige Nachrichten kann ich sogar beantworten. Okay. Daher sollten wir alle aufmerksam lesen. Augenblick Ich wollte ins Optionsmenü Toll, jetzt kriege ich bestimmt Ärger Okay, wir müssen Wir müssen das erst machen Preise, ich habe einen Preis Unteredischer Friedhof normal Der Highscore für Du kannst noch weiter nach oben Nochmal Bild Okay Ich will Schauen wir erstmal, April Oder April Okay, fantastische Neujahrlichkeiten Glückwunsch, dass Level 1 Erfolg hat Ja, okay, wissen wir ja schon Von Catherine Wie schon gesagt, ich treffe mich zum Essen Mit alten Freunden schon komisch Die meisten sind bereits verheiratet Und die Hälfte hat bereits Kinder Alle zeigen ihre Fotos von ihren Familien rum Und irgendwie Fühle ich mich dadurch als Außenseiter Moment, ich kann doch die Kamera wieder anmachen, ne? Aber dann Ja doch, geht schon Ähm, da, 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 da Irgendwo fühle ich mich durch Vielleicht wird es auch Zeit An der Kuschel Aus der Kuschelecke zu kommen Ja, aber ohne Kuscheln Kann man doch keine Kinder machen So, stört dich das? Ja, darüber mache ich mir auch manchmal Gedanken Vielleicht sollten wir darüber reden Gute Nacht Diese Nachricht senden Ja Okay, das war der gute Weg An alle Kunden Äh Wenn du die Eingabetaste drückst Wird eine Zeile für deine Antwort hinzugefügt Drücke die Zurück-Taste Um die letzte Zeile zu löschen Die Eingabetaste Was? Okay Das hätte ich mal vorher wissen sollen Äh, okay Gesendet Speichern Speichern ist immer gut So, wann kann ich denn Ich möchte jetzt gerne Mein Optionsmenü Wenn bestimmte Begriffe und Aktionen Wenn es jetzt in ihre Einstellung verändern Erscheint eine Anzeige Okay Wiedersehen, Vater Crackpulli Ja, es ist spät Und ich würde gerne ins Optionsmenü Leute, tut mir leid Wir müssen noch warten Was Geilo Wald gibt es noch nicht, glaube ich Als Mix David, ich drehe immer meine Kreise Oh la la Ist das Stan Lee, der Barkeeper? Das sah ein bisschen so aus, oder? Ja Ich weiß noch nicht, spielen wir gut oder böse? Zweiter Tag Albtraum Hallo Schaf Da sind ja wirklich keine Herzchen auf der Unterhose Das sind ja nur Flecken Stage 2 Prison of Despair Kerker der Verzweiflung Erstetage Kann ich jetzt ein bisschen im Sound rummixen? Ah Wir machen so Die Musik aber ein bisschen leiser, oder? Alter, schon wieder VIPs Okay, das lese ich noch vor Wer war denn das? Herzlich willkommen, Kai Ernst Willkommen in der Bande Nach mehreren Versuchen hat es endlich geklappt Kai, Alter Vielen Dank für die Unterstützung Kai schließt einen richtig harten Sub ab Er konnte sich mit dem Standard-Abo Einfach konnte er sich Das hat ihn nicht zufriedengestellt So, zurück zum Spiel Alles klar Jetzt muss ich hier wieder auf Enter und so umsteigen Oh, da sind die Ah, da ist Gebröcklige Okay, ich bin vorsichtig Oh, das war jetzt blöd, oder? Ne, das war gar nicht Das war voll gut Okay, ja, ich kann mich hängen lassen Das Dildi muss leider gehen Dildi, auf Wiedersehen Danke trotzdem fürs Zusehen Ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder Das weiß ich doch schon längst Ich bin Profi-Climber Alter, wie der klettert, der Mann Da ein extra Leben Schau dich einfach nur um Okay Ja, ich würde gerne den rechten Stick benutzen Äh, boah Äh 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 Warte mal Vielleicht doch so Und dann So Oh, oh Es kommt immer näher Aber ich bin schon bei den Glocken Okay, ganze Block rein Okay, okay Wenn du einen Kontrollpunkt berührst Okay Ich würde ihn ja gerne berühren Aber du erzählst zu viel Okay Dann schieben wir das mal hier rüber Ich mach das gut, ne Wir sehen uns nach dem Podest Welcher anderen? Oh Warte mal Hab ich jetzt Mist gebaut? Ne, so geht's I made it Here I go Here I go Here I go Guck mal, wie schnell ich da oben war Aber irgendwie gehen die Stimmen nicht lauter Keine Ahnung, was denn da Oh, guck mal, Laura ist da Hallo, Laura Tschüss, AirDude So if I climb I'll be saved There's no guarantee Take a look at that See that bell It's like a church or something A church If we can reach the top There may be a way to escape So there is a way Like I said There's no guarantee But we've got to believe Keeps us sane Those who panic Die first Moin Damage, Robert Ist ja auch da König Rahmen Meine Passafra Ist Rahmen Hallo Kuro Jetzt kann ich sein Ernst sein Okay Ich speichere hier mal Tja, was ist da oben? Haben die Schafe irgendwas Wichtiges zu erzählen eigentlich? Was? Ich könnte dich jetzt hier runterkicken Weißt du, er steht da an der Kante und sagt Ich kann euch alle runterkicken Irgendwie ist das doch auch Man soll doch nicht den Ast sägen, auf dem man sitzt, ne? Ja, ja Ja, man nicht Schaf mit Brille Ja, erzähl mir ne Technik Let's do it Alright Remember Okay Okay Alter Klettertechniken Okay, kenn ich Pull out the same number of blocks as the number of... You'll have the support you need to reach higher and higher What do you think? Nice Hm, I think that might be tough by its... Der Slider Oh, guck mal, den hab ich... Oh, der ist natürlich nicht schlecht Okay, habt ihr euch das eingeprägt? Kennt ihr das jetzt? Jetzt wisst ihr, wie ihr Bei eurer Liebsten oder eurem Liebsten nachts am Haus besser hochkommt Nee, war echt, war neu Okay, ich glaub, die haben ja alle nicht so besonders irgendwas zu erzählen Dann gehen wir mal in den Beichtstuhl und beichten unsere Sünden, Freunde Oh, man Uh-huh, willkommen zu der Konfessionelle Es scheint, ein neues Liebsten hat sich gezeigt Wer bist du? Das ist der Welt der Schmerzen Du bist die Liebsten, die wir entschieden haben Sie werden alle sterben Was? Du bist so schrecklich Aber bevor ich dich töre Ich will entscheiden, was dein Leben ist wert Also, ich werde dich antworten meine Frage Oh, was ist das für eine gemeine Frage, Freunde? Ist es der Beginn oder das Ende? Was sagt ihr? Was sagt ihr? Wahrscheinlich sagt ihr alle Hä? Hä? Und dieser? Guck mal, wie er tanzt Eins, zwei, drei, vier Eins, zwei, drei, vier Ich bin halb Mann, halb Schaf Und ich kann super tanzen Halb Mann Ich bin halb Mann, halb Schaf Und ich kann super tanzen Links, rechts, links, rechts Ja, 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 ja Und dieser? Ah, guck mal, beginn, beginn, beginn Ende, Ende, Ende Oh, ey, das ist schwierig Das ist schwierig Das ist... Damn, ich weiß nicht Oh, die Menschen sind gespalten Die Menschen sind gespalten Welcher? Aber ich glaube Es ist mehr der Beginn Die Leute sagen Mehr der Beginn Tut mir leid Für all die Traurigen da draußen Ist der Kreis Wieder mal am Zocken Fällt ein Brocken in die Socken Nein, eine Schüssel Ein harter Brocken Hallo Lux Tupa Meister Spaghetti Ich mach das mit meinem Stream Deck Andere Spieler haben geantwortet Ah, guck mal Das ist die Online Umfrage Und die Spieler haben gesagt Der Beginn Stage 2 Kerker der Verzweiflung Zweite Etage Are you ready? Nein, ich war noch nicht fertig Da ist ein Schaf Noch eins Okay Wie soll ich das verstehen? Helft mir Oh, er muss auch klettern Weißt du Macht einen auf die Hose Hey man, weiß der nie Alles klar Wieso kann ich den hier eigentlich nicht Äh Ich würde hier gerne Etchen Komm ich doch da hoch, oder? Ja Hey Hey Die Münzen Ja Das brauchst du mir doch jetzt nicht mehr erklären Kannst du auf den Podesten zwischen den Level Objekte kaufen Okay 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 Was macht denn der da? Der Penner Was macht der da? Ist der blöd? Was hat er denn? Der Fall in der Block Dich trifft Bist du tot Okay Okay Äh Hau ab da Der weg Alter Lurch Die wollen nur klettern Aber Was ist voll Es ist total dumm Mir das zu erklären Wenn ich es doch gerade schon gemacht habe Weißt du Äh Wie komme ich denn jetzt Ach du Scheiße Okay Ja Ja Das war mir vor drei Runden schon intuitiv bewusst Easy Hallo eins, zwei Drei, vier Zahl So So You survived Impressive Silber Geil, oder? Ja Tschüss Anonymus Mach's gut Mahlzeit Zuckender Blitz Wir rasieren uns alle den Pelz Ich will auch so ein Schaf Aber ohne die gestörten Gedanken Nein Du musst das Ganze scharf nehmen Wir speichern mal Speichern erfolgreich So Was kann ich hier machen Händlerschaf Sind sie neu hier? Eine Frage Haben sie Geld? Vielleicht haben sie beim Klettern Ja Zeig mal Das Schaf ist ganz schön fett Ah ne Brauch ich jetzt noch nicht Ja Window Shopping Das Das dicke Schaf Wird voll unfreundlich So Schaf mit Brille Was ist mit dem hier? Guck mal Jetzt liegt er hier Ich schäme mich tot Ich hab einfach zwei kleine Oh Ja toll Idiot So Wir gehen wieder in den Beichtstuhl Nun müssen wir beichten Freunde Mal schauen Mal schauen Was mein Chat Gucken was in euren Köpfen vorgeht Weischt Ja Weischt Bescheid Oh man Oh man You're here Lost lamb He'll be answering another of my questions I've had enough of this A man's worth can't be measured by a single question This is the second question Where do you feel the most calm? In a dark, quiet room? Or a bright and noisy room? Ja, sind sie lieber an ruhigen oder an lauten Orten? Der muss sein. Lieber ruhig. Wie sieht's denn bei euch so aus? Mögt ihr es ruhig oder habt ihr gerne Krach? Ein Todestruppler. Warum willst du das dicke Schaf haben? Das ist die Frage. Warum willst du das dicke Schaf haben? Wegen der Menge an Fell, wegen der Menge an Fleisch. Ah, guck mal, ruhig. Alter, da sind sich aber die Leute einig hier. Pizza und ruhig. Dann ruhig, Freunde. Das ist ja... Das ist eigentlich witzig, ne? Wenn man das jetzt so als spontane Fallstudien nimmt. Guck mal, Leute. Das ist übrigens der geilste Mix überhaupt. Ich hab davon schon genug gefressen heute, aber ich zeig euch das mal. Das ist der Cherries-Baby-Super-Mix, ja? Da sind Kirschens und Schnuller drin. Das ist schon fast der perfekte Mix. Niklas, vielen Dank. Was wäre denn der perfekte Mix? Ähm, ich find so ein bisschen Truppi-Frutti könnt ihr da noch rein oder so. Ein bisschen was. Guck mal, auch da, die Leute wollen's einfach ruhig haben. Die Leute haben keinen Bock mehr. Oh, Atom-A gibt sich, Meg-Rib. Oh. You won't escape. Oh, nein! Jetzt kommt die böse Hexe Baba Yaga. Oh, fein. I won't help you escape. What the fuck is this? Bayonetta. Catherine? Oh. The fists of grudge have appeared. It's the killing of the night. Fists of grudge. Edge. I'm not letting you get away. Edge. Yeah. All right, I got it. I'll take this. Oh, God. Baba Yaga. Sie will meine knackige Umwandlung. Oh, come on. Sie hat eine Gabel. Hä? Ich kann nichts mehr tun. Ah doch, schwere Steine. Sie hat die Steine schwerer gemacht. Baba Yaga. Oh, Gott. Oh, nein. Den wollte ich nicht... Oh. Nein, nicht Andu. Oh, Gott. Baba Yaga. Ich wollte nur diesen Stein. Und dann... Wie geht der nochmal? Hier. Oh, Gott. Äh. Furz. Scheiße. Ich komme nicht weg. Die böse Hexe. Oh, Gott. Ich kann nichts tun. Ich muss nochmal nach unten. Und ich muss den hier rausziehen. Oh, Gott. Die Liebe ist vorbei. Okay, wir müssen viel, viel schneller sein. Oh, Gott. Ist ja noch relativ easy hier. Take selber responsibility. Du Eimer. 若 in Hözel. Oh, Gott. Come on! Oh! Gott. Okay, Checkpoint. Sehr nice. Alter! Wenn sie da ihre blöden Zwischensequenzen macht. Oh Gott. Oh shit. Äh. Oh. Oh. Alter. Als wäre sie jetzt auf einmal da so mega am Start. Oh shit. Was soll ich tun? Okay, ich erzeuge einen Block. Na shit. Kacke, den hätte ich hier erzeugen müssen. Was soll ich jetzt tun? Ich kann nichts tun. Zack. Da flog mein Gehirn wieder. Alter. Shit, Alter. Die ist ja richtig hart, die Frau, oder? Kontrollpunkt natürlich. Take doch selbst responsibility. Ich nehme natürlich den Schmäh an, Stein. Ich ziehe das da raus, dann geht's schneller. Ja, aber was mach' ich nun? Was mach' ich nun? Äh. Ich weiß nicht, was ich da machen soll, Alter. Ich weiß nicht, was ich da machen soll, Alter. Der hat ne Mario-Gabel. Das war vorhin ne ganz gute Technik, oder? Ja, das Ding hier raus, das Ding da raus. Das Ding hier raus, das Ding da raus. Boah, ich hab's geschafft! Alter. Endlich komm ich wieder in den heiligen Stall. Dann geht's noch был. Hab's dich verloren. Aber ganz collapses! Ja! Aber und bis jetzt, was du? Ja! Ja! Buter! Ich steine DOetothes. Die Halleluja Musik Was hat euch Alexander machen? Nichts hat er uns angetan Manchmal hören wir nur seine verwirrende Musik Jetzt muss ich doch hier so einen Schnuller essen, Leute Tut mir leid Video Und bestimmt wieder eingepinkelt Möge ist nur eine Tradition, richtig? Ja? 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 Oh nein! Wieso ist das Bild schon wieder gefreeßt? Pause Was ist passiert? Mit diesem Bild? Warum freest du es? Ist es wieder da? Nee Okay, ich erkläre euch, was gerade passiert Er sitzt da mit einer Frau am Tisch und sie trinkt und macht ihm schöne Augen Er hingegen wird davon sehr nervös Wieso? 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 Entferne das! Heute bei dem Spiel ist aber auch der Wurm drin Wieso? Wieso? Pause 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 Wieso? 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 Die Frage ist nur, was kann ich gerade dagegen tun? weil irgendwie sagt das Spiel, nö. Tja, irgendwie. Spielaufnahme. Kathrin? Ich hab ein bisschen Schiss. Ich hab ein bisschen Schiss, dass wenn ich jetzt das Spiel neu starte... Wo haben wir das letzte Mal gespeichert? Okay, ich bin mal einfach wieder ins Hauptmenü gegangen. Schließen, neu starten. Hallo? Warte mal, wo ist denn die Transformation hier? Vielleicht müssen wir jetzt ein Level nochmal machen. Es muss am Spiel liegen, Atom A. Oder halt am OBS. Ich hab nur die zwei Quellen. Bei anderen Spielen hatte ich bisher ein bisschen mehr Glück. Jetzt kann ich mit Controller spielen. Das ändert natürlich einiges. Sack es sich, Noodle. Salaam, schreibt er. Alaykum Salam. Ähm. Ja, das dachte ich mir schon. Geil. Irgendwie hat das Spiel ein Problem mit Videosequenzen. Hä? Steht ihr in der Job immer... Jetzt hab ich ne andere Frage. Steht der Job immer an erster Stelle? Nein. Haha. Oh nein, ey. Muss ich jetzt alle drei Etagen nochmal neu machen? Nein. Wir haben Nein gesagt, Leute. Es gibt keine anderen Antwortmöglichkeiten, aber für die meisten steht Masturbation an erster Stelle. Oh. Jetzt hab ich allerdings ein anderes Problem. Jetzt spiel ich mit Controller. Ich jetzt nur die Aldi hier nochmal machen muss. Ja, okay. Kann ich mit Leben. Äh. Ach, da bräuch ich... Ey. Ey, er rennt zu weit. Hahaha. Hahaha. Komm schon. Zieh, Junge. Zieh am Finger. Oh, come on. Take responsibility. Okay. Geil. Äh. Shit. Was hat er jetzt gemacht? Wieso tut er das? Okay, warte. Wir werden gegabelt. Wir werden sehr bald gegabelt. Ich spiel wieder mit Maus und Tastatur. Es war... Es war irgendwie einfacher. Äh. Okay. Moment. Die will mich anfassen. Okay. 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 Nochmal. Nochmal. Hallo, Keanu. Was geht ab? Gute Nacht, König von Wurstfeld. Kreise gibt's im Moment nicht. Ne, ich hab die Bots und so noch nicht wieder eingestellt. Das war mir alles... Im Moment ist so viel hin und her. Als ob, äh. Guck mal, dann mach ich jetzt so. Dann hol dir das Ding hier. Spart natürlich einiges an Zeit, ne? Äh. Äh. Komm schon. Checkpoint. Aber guck mal, das ist echt ne gute Technik hier, dieses... ...Action. Los, komm. Sie ist auf I. Die hat voll die Adern. So, zack. Okay. Alles klar, easy. Der, was Kees mit Köpfen hat, das weiß ich auch nicht so genau. Jetzt hoffen wir nur... Jetzt kommt wieder der Laser aus dem Glory Hall. Deswegen sollte man nie mit seiner Gabel in Glory Halls pieksen. Ich bin sauber, oder? Ja! Jetzt müssen wir nur hoffen, dass er diese Videosequenz gleich wieder überlebt. Alter! Oh, ja. Ich glaub's nicht. GG. Ja, aber... Vor allem hab ich jetzt auch Standbild. Ja, ihr seht gar nichts mehr. Ich hab Standbild. Kathrin reagiert nicht. Programm schließen oder auf Antwort des Programms warten. Okay. Geil. Kathrin reagiert nicht, Freunde. Warum ist denn das so zum Kotzen? Was soll denn das? Er startet immer dieses komische Big Screen Overlay. Da, Big Screen startet er dann immer. Und ich glaube, dass das irgendwie Probleme mit Big Screen hat hier. Äh... Geil, ne? Mann, wieso ist denn das so zum Kacken? Einen Versuch noch. Einen Versuch noch. Ansonsten müssen wir was anderes machen. Da, 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 da. So. Freunde, ähm... Tja, war kurz... Atom A, du hast nichts verpasst. Ey, weil das Spiel ständig abscheißt. Jemand hat Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute zum Geburtstag. Geburtstagskind. Und ich konnte leider nicht sehen, wer... Weil der Chat schon weg ist. Und Huggin' Baby hat 2,29 Euro donated. Und sagt, love you, Christ. Und irgendwie kam das noch nicht an, oder... Oh, man. You're here, lost lamb. You'll be answering another... I've had enough of it. A man's... Ich hab auch genug von diesem Schwachsinn. Ältere oder jüngere Partner? Natürlich jüngere. Ist jetzt natürlich böse, aber ihr würdet alle jüngere schreiben. You've made your selection. I knew it! I'll answer your question this time. Little lost lamb. This entire place is in... Meinst du, das liegt an meinem Curved Monitor? If I can get to the end. Hm. Don't get your hopes up. Das ist natürlich scheiße. Listen. I hear the sounds of your night terror. Okay. Wir ziehen jetzt noch einmal die alte Oma Baba Yaga ab. Es gibt kein Geburtstagslied mehr. Nein. Das ist alles... Mein Stream Deck und so ist doch alles... Das ist ja ein neuer Computer. Das ist ja ein neuer Rechner. Okay. Einen Angriff machen wir noch. Einen Angriff machen wir noch. Aber kam dieser... Warum kamen die Donation gerade nicht? Sie sagt, entkommen wirst du nie. Sie lügt. Oh, da war eine Donation im Superchat. Eli. Eli. Devin. Devin. Deliverport. So was. Genau. Nicht verzagen. Noch einen Angriff starten. Äh... Alle tanzen im Geilhoff-Wald. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. mit einer Hexe wegkrabbeln gerade. Aber krasser Scheiß. Ist ja auch schon... Stammkunde. Ne? Quasi. Was denn? Ist doch alles voll gut. Zack. Die Plätze wieder umwandeln. Einen Stein brauchen wir. So. Hoch damit. Das kann er quasi auswendig hier. Edge. Komm schon. Die Alte ist ja nicht schnell genug. Hallo. Hängt er gerade rum. Okay. Läuft. Noch hat sie die Steine nicht umgewandelt. Einer muss noch. Alter. Hat die denn aber auch da mit ihrer Gabel? Ist wohl das einzige, was sie im Leben noch hat. Ihre blöde Gabel. Ey. Nein. Nur umdrehen. Okay. Stein. Alles klar. Da sind wir durch. Perfekt. So. Kapitel überspringen. Springen. 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 Was sprichst du für Sprache, Alter? Was sprichst du für Sprache, Alter? Ah. Was? Oh, 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 oh. Endlich die Katze. Ja, aber ob sie auch zu Ende läuft, ist die Frage. Das sind ja ja die Italienstellen. Was ist das? Oh, hoppala. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay, ich bin fünf Minuten weg, ich muss kurz kacken. Ja, genau, da kann man natürlich nicht sagen, oh ne, ich hab jetzt keine Lust. Ja, Vincent, hau mal einen raus! Nacht, Red Rain! Sokobus! Sokobus! Malo, du hast vollkommen recht. Du sagst, du musst arbeiten, richtig? Arbeit? Barbara, Barbara! Sorry, ich muss jetzt gehen. Ich habe jetzt eine Däntnisabschluss. Däntnis? Ja, Däntnis wird auch angreif, wenn du leid. Ja, genau. Ich glaube, sie werden warten, bis nächste Mal. Okay, see you soon. Hey, warte, I'm actually dating someone already. This is a mistake. A mistake. It's gotta be a mistake. Ah, you know what? It just hit me. Sergei muss schon duschen gehen. Ja, ja, genau. Ich gehe mal kurz duschen. Ich gehe mal kurz duschen. This is your third. Haha. Oh, driving sushi. Jetzt müssen alle mal eben kurz in die Dusche, ne? Ja, ja, dachte ich mir schon. All that stuff about soulmates and eternal love is bullshit. Harry life sucks, man. You really want to go through the same shit I have. I'm not like you. I don't want to sleep around. I just want life to stay the same. What am I gonna do? I didn't mean for any of this to happen. If you're gonna whine, you shouldn't have done it, dumbass. Well, no shit. I wish I could just live all carefree like you. Don't you realize there's nothing you can do, you schmuck? No matter how good you are to a woman, you never know if she'll stab you on the back. Kappa Heften, Alter. Unser Sushi's Frischkappa. Unser Sushi's Frischkappa. Hey, you all right, man? Oh, look so hot. Oh, I guess I didn't really get my sleep last night. Obviously. Anyway, you're way too freaked out over a one-night stand. Hey, you pay attention? Listen, man. Ich hoffe, ich kann jetzt gleich schleichern. Ich würde gerne schleichern. Ich hoffe, ich kann jetzt gleich speichern. Damit ich da nicht wieder... ...alles nochmal von Anfang spielen muss, falls das Spiel mal wieder abstürzt. Was hat er da? Nussmix? Können Nüsse sein. Ich glaube, ich sehe da Macadamia. Erika! Wie viele Monitore? Ich habe zwei. Okay, enough of that. So, have you guys heard about the woman's wrath? They say it targets cheating men and kills them. Or not? Which is it? Wait, 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 what? What exactly is this woman's wrath? Oh, you don't need to worry about it. You only care about your girl, Vincent. Oh, what are you talking about? This guy totally needs to know. Cheating is pathetic. I agree with Toby. Pathetic. Who are you calling pathetic? Shut up and eat your peanuts. May I... Huh? What? You're cheating. Weren't you talking about marriage? Why don't you say it louder? Seriously, stop yelling about cheating and shit. I think someone on Mars didn't quite hear you. Ha ha ha. That's low, Vincent. Lowest of the low. Don't call me that. Now you know. Just leave me alone. Es ist immer ein Frauenfluch. Well, come on, tell me about this girl. Hexen, Hexen. Oh, God. Apparently, she's destiny level cute. Cut that shit out. Are you kidding? Finding your soulmate is awesome. I'm totally jealous. You jackasses better not mention this to anyone outside the bar. I am serious. A pappnase. Ha ha ha. Say, have you heard? It seems that Boss was a bit of a player back in the day and broke more than his share of hearts. You see how he's wearing those tacky sunglasses indoors? They say he's using those to hide his face. Ha ha ha. Yeah, right. Ja, genau, er. America, another round over here. Coming right up. You're in trouble, right? Maybe you should invest in the shades. Erzählst du auch am besten auch noch hier dem Barkeeper. Der aussieht wie der Chef von Marvel. Das Two Broke Girls Outfit. Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein Standard. Drücke die Umschalt-L-Taste, um von deinem Platz aufzustehen und dich frei in der Bar zu bewegen. Wenn du Start drückst, um das Menü zu öffnen, erhältst du Tipps. Okay. Okay. Sprechen benutzen, Handy prüfen, trinken. Wir trinken erstmal einen Schluck. Alter, wir machen da wieder Krach. El Deliverport, zwei Euro im Superchat. Chat, lass doch ein Like da. Echt mal, Chat. Mach das. Wenn du etwas trinkst, kannst du deinen Trunkenheitsgrad um das Dreifache steigern. Je zu betrunkener Vincent ist, desto schneller wird er sich in seinem Albtraum bewegen. Okay. Na komm, wir stehen erstmal auf. Gehen mal hier. Guck mal, Frau im mittleren Alter. Ja. Sorry. Please. Setz dich doch. Have you ever heard this story before? Nein. The man who climbs the highest mountain gets his every inch granted. What's that? Was hat das zu bedeuten? A man climbed that mountain 300 years ago. It said a man climbed that mountain 700 years ago and was given the word. A man who climbs the mountain now will be given his future to do with as he pleases. Is this a... These are true stories. The story of Rapunzel's creation is a true story. Die Frauen mittleren Alters. A man who is able to climb a very tall tower. Now, what will you gain? Huh? Will you become the man of... Vielleicht... Vielleicht werde ich es eines Tages. Ich wollte mal eben in mein Handy gucken und speichern. Da. So. Ne, ich wollte noch mal gucken. Was haben wir denn hier für Nachrichten? Glückwunsch! Mitternachts Venus. Fantastische Neuigkeiten. Okay. Warum ist das noch nicht als gelesen markiert? Kann ich das irgendwie... Kann ich das irgendwie... Ich will Preise nicht sehen. So. An alle Kunden. In der Eingabetaste drückst du deine neue Zeile. Ja, okay. Hä? Woran sehe ich denn? Also es ist da gerade nichts Neues. Okay. Verstehe. Preise. Das ist jetzt nichts Besonderes irgendwie, ne? Gehen wir mal ein bisschen gucken hier. Was können wir denn da machen? Telefon. Geldautomat. Mal ein bisschen Geld holen. Oh. Oh. Haha. Okay. Ich bin blank. Telefon. Kann ich nichts machen. Go out. Zurück nach Hause. Ne. Gehe ich mal hier lang. Jukebox. Nutze Jukebox. Okay. 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 Wollen wir das jetzt spielen? Wir sind die Moves irgendwie begrenzt. Wir probieren es mal aus einfach. Ungesunde Körperhaltung. Rapunzel. Okay. Hoch über den Wolken lebt die Holdemeid. Und dann hängt sie ihr Schamhaar aus dem Fenster. Rapunzel. Okay. Es ist... Stage one. Äh. Ich hab's kaputt gemacht. Ich hab's doch noch geschafft. Hahaha. Okay. Wie komm ich da wieder raus? Left shift oder so. QE. Leertaste. Enter. Escape. Ah. Haha. No. Is this the end of the line? Rapunzel. Da. Spiel starten. Spiel beenden. Ist ihr? Ah. Die Liebe macht aus einem Menschen die Person, die er sein sollte. Obwohl das ja eigentlich auch im negativen Sinne stimmt, ne? Wie viele Menschen bringen andere irgendwie aus Liebe um? Sollen wir Stan Lee mal gucken? Wer gibt einen Mann mit Brille? Wenn du mit anderen vertrauen, sie dir möglicherweise ihre Sorgen an. Munter sie hin und wieder ein wenig auf. Keine neuen Hinweise. Mann mit Brille. Der ist wahrscheinlich Schaf mit Brille. Hey, Justin. Kennen wir uns nicht? Ja klar, wir kennen uns. Du bist das Schaf mit der Brille. Mann mit Brille. Merkwürdiger Wunsch. In der Bar empfängst du manchmal Kurznachrichten auf deinem Handy. Drücke die Z-Taste. So, was haben wir denn da? Glückwunsch, fantastische Neuigkeiten. Du hast es geschafft. Jetzt Anerkennung. Deine Freundin im Golden Theater hat ein tolles Geschenk für dich. Du kannst jetzt das Level Altar von Babel in Angriff nehmen. Toll, ich dachte, warum kriege ich eigentlich nur so komische Scam-Nachrichten hier? Justin, was ist los? Ja, ich sag doch, er ist das Schaf. Jetzt habe ich wieder eine Mail. Was haben wir denn da? Catherine, bist du im streudenden Schaf? Bist du wieder trinken gegangen? Ich kam heute bei deiner Wohnung vorbei, aber du warst nicht da. Ich möchte mit dir über etwas reden, aber ich warte bis morgen. Ach ja, deine Wohnung ist dreckig. Ich habe dir gesagt, du musst den Müllefter rausbringen. Ich habe es diesmal getan, aber kümmere dich etwas mehr, okay? Das war alles. Gute Nacht. Antwort. Sorry, ich war nicht daheim. Und jetzt kann ich die wieder löschen? Einfach schlechtes Timing, würde ich sagen. Ich gehe trinken, wann ich will. Fasse meine Sachen nicht an. Einfach schlechtes Timing. So, reden wir morgen. Sorry, ich bin jetzt zu müde zum Reden. Reden wir morgen. Gute Nacht. Bis dann. Mann, bin ich müde. Gute Nacht. Okay. Tolle Nachricht. Tolle Nachricht. Kreis hat es drauf. So. Durch Erschöpfung. Todesfälle durch Erschöpfung. Paul ist tot. Alter, Leute, Paul. Hallo, ich trink-Wasser-LP. Sollen wir mit dem Boss reden? Zwei Gäste. Ey, Code-Klumpen. Zwei Euro, geiler Stream. Code-Klumpen, Alter. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Sexy. Ah, ja, ist es die Wahrheit, wissen wir es nicht genau. Wollten wir es, wollten wir es nicht. Äh, nicht so eigentlich, ne? Gucketisch, Cat. Hey, Vincent, wenn du es bekommst, sag Bescheid, ja? Dann schicke ich dir ein Foto, das wird dir gefallen. Aha. Wer ist da? Hier ist Vincent. Äh, wer ist da? Kenn ich dich? Oh, nein, warte. Ich will das hier. Kenn ich dich? Schreib mir nicht nochmal. Archie, ey. Sei kein Steppenläufer. Immer schön klettern. Ein Foto, ich muss kurz aufs Klo. Batman-Textilien? Kenn ich. Bantam? Ich wärme uns schon mal getroffen. Du hast genug herumgegräht. Wow, du bist scharf. Das wird noch dreckig, schreibt er. Oh, Nachricht. Die Zeit vergeht. Die Zeit vergeht, wenn du dich hinsetzt mit Leuten in der Bar sprichst. In dieser Zeit kommen und gehen die Kunden. Beim Aufstehen trinken, Handy checken, Spielautomaten spielen und Jukebox nutzen, vergeht die Zeit nicht. Also geht niemand irgendwo hin, während du diese Dinge tust. Denk immer daran. Okay. Hm. Reden wir mal hier mit der Madame, mit Erika. Betriggst du immer noch? Großartige Neuigkeiten. Oh Mann, ey. Alle wissen es. Alle wissen es. Der Fluch. Hier irgendwie Malefiz oder so spielen in der Ecke. Ah, ey. Ich muss auf jeden Fall was trinken jetzt nochmal hier. Shit. Ich habe nie in meiner Leben verraten. Das Ding, die Menschen verraten, die verraten, werden verraten? Du meinst... Ja. Oh oh. Der Zorn der Frau. Das klingt wie etwas. Hey, Paul hat hier ein paar Mal, oder? Ja. Er war ein Klassiker von ours, back in Highschool. Ich riecht ihn in. Just... Wie war er? Wir haben nur gegründet, aber er sah gut. Hey, es ist nicht dein Fault. Hm? Ja. Ja, ich... Sie sind wirklich okay, Mann. Sie sagen, die Menschen, die schiebt, werden kürzt. Kürzt? Das ist so stupid, ich kann nicht... Alle wissen es, oder? In dem Laden wissen es irgendwie alle. Ja, verstehe ich auch nicht. Atom und... Ist irgendwie, ne? Du hast recht. Ein Fault. Wie soll ich... Was? Was soll ich so tun, wie... Das ist nicht so... Ich muss es nachher. Kaum war sein Geld weg, war auch die Frau weg. Hmm. Konnte man hier hinten? Toilette. Washface. Kabine. What did you see? Tonight you'll visit the torture chamber. Don't forget your boxers. Toll, komm, aufs Klo gehen zum Handy prüfen oder was? Aber warte, wir speichern einfach nochmal zwischendurch. Das kann ja eigentlich nicht schaden. Weil, ist immer gut, ne? Musst mehr trinken. Go out. Okay, der Mann ist irgendwie besessen von Schafen. Und aber Blut. Ich setze mich nochmal hier hin und rede nochmal mit dem Boss. Ah, der Zorn der Frau. Das Weibes höchstes Vergnügen. Die beiden machen Anzüge. Das weiß ich ja jetzt auch schon. Quatschen wir noch ein bisschen oder gehen wir nach Hause? Oh. Die sind auch beide ganz schön frech. Ich meine, solange die noch was zu erzählen haben, sind... Das sind neue Gäste. Hier gibt's keine neuen Gäste. Die sind auch schon lange zusammengekommen. Was war es in der ersten Zeit? Es war nicht so speziell. Es war bei der Reunion. Wir waren gebeten, unsere Dating-Advice. Dann hat er... Wir haben uns in der Mitte der Nacht... Hey, stop das! Stand-up, guy like that? Turns out... Serious... an die Gäste im Betriebe Gormann getrennt sich in die Kärbel ab der die Erinnerung ist ein 19 sehr See ya. Gehen wir mal nach Hause. Hallo, Paul Ritter, was geht ab? Müssen wir jetzt wieder klettern? Trinkt er jetzt allein zu Hause in seinem Zimmer und macht irgendwelche Masturbationsspiele in Unterhosen? Trinkt er jetzt allein zu Hause in seinem Zimmer und macht irgendwelche Masturbationsspiele in Unterhosen? Geiler Stream und so, ich weiß es gar nicht. Falls nicht Code-Club, danke nochmal, aber ich glaube, ich hab's vorgelesen. Ich bin mir nicht sicher. Mein Gehirn funktioniert heute nicht, ey. Ich glaub, dass der Kreissimulator hat. Nein. Ich träume nicht von Schafen. Okay, Trap-Blocks gibt's jetzt auch noch. Alter. Folterkammer, erste Etage. Junge, Junge. Warte, der geht gar nicht. Äh. Warte mal, kann ich das hier? Okay, das war ne Falle. Ich wollt's nur mal ausprobieren. Die Fleischwalzen. So, man muss die erst einmal schön auslösen. Toll, da kannst du Gegner mit entfernen. Oh. Alter. Äh. Krasser Sheet. Okay, cool. Cooler Typ, dankeschön. Ja, lauf mal. Just a little more. Just a little more. Okay. Jetzt muss ich mich irgendwie beeilen. Oh. Yes. Konzentration, aber hat, hat gut geklappt vorhin. Hat gut geklappt, oder? Das war doch eigentlich eine schöne, eine schöne Partie. Gute Nacht, Voltex 35. Mach's gut. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann nochmal wieder. Das war geil. War das jetzt Bronze oder Gold? Bronze bestimmt, oder? Ich bin ja gestorben einmal. Hier können wir speichern. Hi, Nick. Was geht ab? So. Neue Techniken. Großartig. Erzähl mal. Allow me to explain the spider. The spider. Den hab ich doch gerade gemacht. Quasi. Sie mit der Gabel. Was? Sie hat eine Gabel? Sie ist eine Hexe. Sie hat eine Gabel. Definitiv. Das muss sie sein. Das Schaf mit langem Haar. Er ist der Hölle entkommen. Okay, Freunde, ab in den Beichtstuhl. Seid ihr bereit für die nächste Frage? Macht euch bereit für die Frage. Es kommt immer eine Frage am Ende. Ich verstehe sie nicht. Was ist das überhaupt für eine dämliche Frage? Mürre. Was ist denn Mürre für ein bescheuertes Geschenk? Das ist die dritte Frage. Der dritte Frage. Den siehst du das Paradies vor. Was ist mehr nach Paradies? Eine Landschaft im Grünen oder eine Bar? Landschaft im Grünen oder eine Bar? Links oder rechts? Diesen? Hängt ihr lieber im Grünen ab oder geht ihr gerne in eine Bar? Ich weiß nicht. Das Grüne, ne? Alle... Welcher? Von dem Grünen reden wir aber nicht. Diesen? Grüne, Grüne, Bar. Es ist Landschaft im Grünen. Was Grünes hilft immer. Bar, Bar, Bar. Ich sehe sehr häufig Bar. Which one? Bar, Bar, Bar. Dorfkind, Bar. Grün, Grün, Grün. Ab zu den Grünen. Sergej sagt Bar. Okay, wir nehmen die Bar. Ihr wisst, dass das Böse ist. Das ist eure Entscheidung. Wir nehmen die Bar. Ich sehe sehr oft Bar. Viele VIPs schreiben Bar. Oh, das war Böse wieder. Kann das Spiel auch neutral beenden? Es ist nicht egal. Really? Deine Abhörungen sind exzeptionale. Es ist nicht, wie keiner... Really? ...hier über dieses Platz. Auf dem 8. Eine Bar im Grün. Ja, Marlon. Wieso können wir das nicht auswählen? Ich habe zu viel gesagt. Ich werde dich in der nächsten Trial. Katedral, hm? Sergej, wir sehen... Bist eine kranke Sau. Folterkammer, zweite Etage. Das klingt doch schon mal sexy. Manche dunkle Blöcke können bewegt werden, andere nicht. Okay. Schau dir einige Blöcke an. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es so schwierig geworden ist irgendwann. Dammit. Those traps again. Commencing area 2. Are you ready? Folterkammer, zweite Etage. Klar bin ich ready. Wir edgen das mal hier so ein bisschen. Zack. So, dann kann der das da schon mal alles auslösen. Ha ha ha, Idiot! Okay, Moment. Da muss ich drauf und wieder runter. Zack. Äh, jetzt steht der da oben. So, der hat mich nämlich voll geärgert. Das fand ich nicht geil. Ich würde gerne... Wie komme ich da rum? Das ist ja auch blöd. Kann ich da runter? Oh, was ist das? Hohle ich mir da unten noch den Klotz? So. Wow. Oh nein, da kann ich jetzt nicht lang. Aber so. Und dann... Ne, es geht auch nicht. Shit, die fuck! Äh. Äh. Oh nein! Ich hätte es alles kaputt gemacht. Machen wir es so! Und hoch! Geil. Äh. Äh. Moment. Ich schiebe zuerst den hier rüber. Dann schiebe ich die da hin und dann den da rüber. All right. I got it. I made it! Alter! Ja, ja! Der Mann hat's drauf. Der Mann hat's drauf, Alter. 200. 200, Freunde. 200 IQ. IQ move. Ich verabschiede, du hast mich überrascht. Klar, aber das ist impressive, Alter. Ja, ich bin es. Schön speichern. Was ist mit dem da, Alter? Tja, vielleicht sollte er einfach nicht so viel schlafen. Äh. Overwolf. Schule, Vorträge, Arbeit geht immer vor. Vor, immer vor Kreis. Ob ich morgen auch streamen? Was ist denn morgen für ein Tag? Morgen ist Freitag, ne? Oder? Freitags? Na, eher nicht so. Mal gucken. Schauen wir mal. Das ist die vierte Frage. Vierte Frage. Haben Sie sich schon eine blutige Nase geholt? Ja. Also, nein. Wir nehmen nein, oder? Nein. Siehst du, guck. Nein, 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 schreiben die Leute. Nein. Wir sagen nein zu blutigen Nasen. Meine Knusperfritte. Wir verteilen nur, sagst du, ja? So, die anderen Spieler, was haben die hier geantwortet? Wie sieht's aus da draußen in der Welt? Siehst du, guck. Alles nette Menschen, die sich nicht gegenseitig auf die Nasen boxen. Folterkammer, oberste Etage. Oh Gott, das Terrain zum... Oh Gott. Jetzt gehen wieder ein paar Leben drauf. Jetzt gehen wieder ein paar Leben drauf, sag ich euch. Was ist das? Ist das ein Arsch? Mit... Was? Was zur Hölle ist das für ein Ding? Ich will nicht, dass es an mir rumschlabbert. Es schießt mit Herzchen oder so auf. Äh, Moment, was ist passiert? Meine Steuerung ist verkehrt herum. Okay, jetzt ist es wieder normal. Okay, ich glaube, ich habe es überlebt, oder? Checkpoint. Nein, ich will nicht, dass es an mir schlabbert. Okay. Nein, ich will ehrlich gesagt nicht unbedingt closer kommen. Äh, shit. Da komme ich doch gar nicht hoch, wie... Es will irgendwie an mir rumlecken. Wie komme ich denn da hoch? Iiii, Alter. Äh, äh, äh. Kontrollpunkt. Okay, Moment, nein. Versteck dich hier drunter. Aber hier check ich jetzt gerade nicht, was hier passiert. Ich komme einfach nicht hoch. Ich check's nicht. Was will das Spiel von mir? Alter. Äh, äh. Warum, 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 warum? Alter. Okay Ich hab keine Ahnung, was hier vor sich geht. Oh, was? Okay, okay. Naja, Versuch. Ich muss das hier raus... edgen. Okay, ich glaube... Alter... Ich häng schon wieder fest, weil ich schon wieder nix geht. Was? Keine Ahnung, Alter. Auf einmal wäre wieder alles umgekehrt. Oh Mann! Die Steuerung ist verkehrt rum! Es leckt mich einfach gegen die Wand, Alter. Jetzt ist nicht die Zeit, um tot zu sein. Leute, ich glaube... Okay, hier drunter... Ich komme näher. All right, ich habe ihn. Edge. Er ist gut. Ich habe ihn. Noch nicht. Ich komme näher. Ich komme näher. Oh nein! Jetzt ist er... Ich komme näher. Ja, 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 ja. Boah, ich hab's geschafft, Alter. Alter Schwede. Uh. Boah, aber das hat, ey. Alter. Alter, wir haben den, das, keine Ahnung, was es ist für ein Ding, aber wir haben es erledigt. Alter, war das widerlich, das Teil. John McLean donated 2 Euro John. Alter, kommst du gerade von der Arbeit oder was? Frech Dax? Hey, jetzt geht's aber los hier. Mr. Milo Sali, 2 Euro. Sollte öfters irgendwie Ersche mit Zungen zeigen. Aber es war ja kein, also es war ja irgendwie, ich weiß auch nicht. Oh, Leute, mir klemmt hier so ein bisschen die Boxer-Shorts. Wer produziert denn solche Spiele? Atlus. Glaub ich. Aber jetzt kommt wieder eine Zwischensequenz. Da wissen wir nie, was passiert. Da kann... Hä? Da ist sie ja schon wieder! Was ist sie doing here? I thought I came home alone. Oh, shit. Sorry. Did I say something? Catherine. I did? Well, uh... It's okay. I'm onstarke eulam. It's a bit embarrassing. It is? You haven't called me by my name before. Have you? Y-your name? Catherine? What is it, Vincent? Huh? Uh... Nothing. Are you fucking kidding me? Hey, are you angry with me? Sorry for coming by out of the blue. Wait. So she just crashed here? Well, I'm more surprised than angry. I just... I thought that you'd want to see me, Vincent. I... Just kidding. I couldn't keep myself away from you. Guck da nicht hin, ihr Perversen. Ja, aber eigentlich sieht man ja nie was aus seinem Gesicht, ne? Es wird ja immer nur so angedeutet. You're gonna make me say it? You're so kinky. You've got ten seconds. Okay, cool. Hey, der Liverpool muss auch mal kurz aufs Klo. Because I like you. What about you, Vincent? What do you think about me? I... I think you're really cute. Thanks. What else? What else? Am I just cute? How do I put this? I'm kind of jealous of you. You seem to live however you want. What do you mean? That's normal, isn't it? Vincent, you can live however you want, too. Just so long as you never think of Jamie. Das Duschen nach dem Sport erscheint mir rückblickend irgendwie verschwenderisch. Listen, Catherine. There's something I gotta tell you. Oh, fuck. Come on. Ich kann die Kamera auch anlassen, wenn ihr wollt. Aber dann hänge ich immer so in diesen Zwischensequenzen. Ich dachte, ihr braucht... Ich dachte, dass... Sonst, sonst... Ne? Sonst störe ich euch vielleicht irgendwo. Ich will nicht, dass mein Gesicht euch stört. Oh, oh. Dun, dun, dun. Say something. Sorry. So, what are you thinking? Ha, ha, ha. So, why am I sweating? I mean, I have to take responsibility, right? Ach, ha. Come on. Say something. Ich kann dazu nichts sagen. But... This is great. So, you're happy? That's good to hear. To be honest, I was a little worried. Vielleicht muss man meine Maus eben ganz wild hin- und herschieben. Oh, don't worry about me. Ha, ha, ha. Jojo geht duschen. Ja, genau. Alter. Zum Glück habe ich Untertitel... Okay. Kai, ernst! Kai, du bist einfach der Beste. Ich gucke, ich liebe jetzt live, als schlafen zu gehen, wegen Arbeit. Hey. Hey. Hello. Thank you for calling. What are you doing? Kai, ernst. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Ja, das ist... Aber geh lieber schlafen. Ausgeschlafen auf der Arbeit ist doch eigentlich viel geiler, oder nicht? Where are you right now? How did she get my number? I gotta hang up or she'll suspect something. What's that? Hello? You're breaking up. Oh. What was that? Huh? Ah, just a call from work. Said something about a bug. But it got cut off. You know, the reception isn't very good in the office. But it didn't sound urgent, so... Not bad. Your phone. Did you get another one? Huh? Nachtrenn-Gur. Mach's gut. Danke fürs Zusehen. Yeah, the new model came out last week. So... It hasn't been that long since you got your old one. You could have still used it. Did you buy a new computer a little while ago too? Oh, ja. Oh. You're going to have to watch yourself from now on. Die andere Casrin verurteilt mich nicht für meinen neuen Computer. Sorry. Woher weiß sie, dass ich einen neuen Computer hab? After all, I might have to take maternity leave. Yeah, you might, huh? Oh, but I plan to go back to the house. To work after having the baby. We'll just have to split up the housework, okay? You can't throw your clothes everywhere anymore. Oh, okay. It's a woman's job to get married to see another woman. That's terrible. Whoa, there's ants all over this cake. It really ticks me off. I'm going to curse him to death. Maybe his name will appear in the morning. Waiter. Waiter. Oh, you need to make sure you're saving up. And all your late night drinking isn't cheap, you know. Oh, ja. Jetzt ist Trinken auf einmal wieder teuer. Oh, ja. Oh, ja. Hey! You're still serving apples? Um, I'll have the summer squash pasta. Oh, that's well. That voice. Hey, listen to me! I'm, I'm listening. Mm. My stomach hurts really bad. So I'm going to go to the bathroom. Ja, aber wenn wir in der Bar was trinken, klettern wir schneller, oder nicht? Hat er es nicht vorhin gesagt? Oh Gott, es wird immer schlimmer. Oh, es wird immer schlimmer. Es hört einfach nicht auf. Oh Gott. Ich kann nicht glauben, dass sie dich nicht gesehen hat. Aber trotzdem, wenn sie pregnant ist, dein Leben ist F***, mit einem Kapitel F. Es ist noch nicht F***, ich meine, nichts ist set in stone. Also, dann, warum hast du sie gesagt? Wer ist der Vater? Ich sagte, ich war glücklich zu hören. Es sieht nicht aus, dass du überhaupt glücklich bist. Das ist alles zu viel für mich, du kennst. Welche Catherine besser ist, das weiß ich ja noch nicht. Rein theoretisch kenn ich ja die andere noch gar nicht so lange. Erika! Danke Panzermeister! Ist das ein Spiel oder eine Serie? Irgendwie ein bisschen beides. Nimm Erika! Wir nehmen Erika! Oder? Die Erika ist dann gar nicht so schlecht! Hey! Entschuldigung! Ja! Und du fühlst mich, dass du nicht all das Nachts geholfen hast, oder? Entschuldigung! Oh! Was machst du hier? Wollt ihr Leute wissen? Der Grund, warum du als Kind geholfen hast, um Schäpe zu sein, um zu schlafen, ist... Ja! Ja! Schäpe riemen mit Schlafen oder so. Am Ende nehme ich die Pizza her. Hey, Boss! Another rum and cola, please? Hey, don't be so rough on the guy. One day we'll all be old farts like him. Not all of us. Anyway, you're having these weird dreams because you're cheating. Yeah, I get that. Besides, Catherine might be pregnant, right? Ugh. Don't need to remind me of that. It is in a man's basest instincts to cheat. Here you go. Enjoy. Yeah? Set it down and walk away. It's about what happens now. Well, have fun while you still can. Please. Please. Alle in der Bar wissen es. Erica weiß es. Der Barkeeper weiß es. Die Omas mit der Pizza wissen es. Warum sitzen die da eigentlich immer? Da sitzen immer zwei Omas und fressen Pizza. In dem Alter sollte man nicht jeden Tag Pizza fressen. Dritter Tag. Sprechen, Handy. Wir trinken auf jeden Fall. Erstmal einen Schluck. Dum 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 dum. Mr. Milo Sali. Gute Nacht zusammen. Danke für die Unterstützung. Zwei Euro. Soll ich mit den Jungs hier reden? Ich trink noch einen Schluck. Ich weiß es nicht. Den Omas. Ja, ich muss dringend mit euch reden. Ihr könnt nicht jeden Tag hier sitzen, Pizza essen und Bier trinken. Das ist in eurem Alter nicht mehr in Ordnung. Wenn du viel zu erledigen hast. Boah. Ich bin... Ich muss mich eigentlich dann... Ich muss mehr notieren. Ich glaube Mr. Morgan würde das gleiche sagen. 20 Jahre her. Sind dennoch ein Ball für mich in der Tente hin. 20 Jahre her. Mr. Morgan war in einem Eiscream-Shop, um seine Tuition zu bezahlen. Mr. Morgan liebt Vanilleeis. Mr. Morgan liebt Vanilleeis. Oh. Der Cheese strenne. Es ist fünf Tage bis zum Zeitpunkt der Freiheit. Was? Was? Kranke Omas. Ich will nicht mehr mit den Omas reden. Sie reden mit gespaltenen Zungen. Habe ich jetzt ein bisschen Geld drauf? Tja, anscheinend nicht. Erika. Erika. Die wollte mich mit der Gabel pieksen. Und dann kam ein Arsch mit einer riesigen Zunge und hat versucht, an mir zu lecken. Klingt vielleicht nicht unbedingt immer realistisch. Ich setze mich erstmal in die Bar. Wer ist mehr zu bedauern? Frauen. Und das? Ich verstehe. Wenn sie gefragt haben, ob sie sich zurückkommen als Mann oder Frau in der nächsten Zeit haben, einige Wissenschaftler haben sogar schon erwähnt, dass die Männer werden zerstört. Das ist die... Zerstört? Wahrscheinlich, die Y-chromosone ist ziemlich hilfreich im Vergleich zu der X-chromosone. Und was wird passieren, wenn die Menschen zerstört? Vielleicht wird es ein System, wo die Frauen können sich verabschieden, und die Kinder haben. Es ist einfach so schwer, um zu leben zu leben, auch. Nicht die Natur zerstört? Was redet denn der Mann da? Oh, Telefon. Mitternachts Venus. Fanden Glückwunsch. Level 3, der Folterkammer erfolgreich abgeschlossen. Toll. Ich krieg nur Spam, Alter. Was haben wir denn da? Catherine, trinkst du? So, ah, Catherine, äh. Bist du immer noch im streunenden Schaf? Bist du da nicht jede Nacht, Alter? Ich dachte, du hättest heute einen nervösen Magen. Warum trinkst du schon wieder? Bitte pass auf dich auf. Du lebst nicht mehr nur für dich. Oh Gott. Ah, schauen wir mal. Sorry. Ich trinke nicht. Ich tue, was mir gefällt. Ah, sagen wir mal die Wahrheit. Aber es ist auch wichtig, dass ich meine Freunde sehe. Kann ich mich nicht mal mit meinen Freunden treffen? Ja, ja. Es ist auch wichtig. Ähm. Hör auf, immer das Schlimmste von mir zu denken. Warum? Was ist los? War es nicht in Ordnung? Okay. Ja. Die schicken wir los. Die Nachricht. So, guck mal. Das war nur eine ganz gute Nachricht eigentlich. Nachrichten. Brand... Das ist, weil die Männer so viel rummasturbieren. Ronald Clay. Der Wetterbericht. Bye, Spike. Mach's gut. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Er sagt immer, um eine gewisse Person zu zitieren. Wahrscheinlich sich selbst. Catherine mit 10. Hey, wie geht's dir? Noch auf der Arbeit? Schon fertig? Äh, ja, ich bin fertig. Schluss für heute, würde ich sagen. Sorry, ich bin noch auf der Arbeit. Na, wir sind fertig. Was möchtest du? Ich kann dich heute nicht treffen. Ich hab zu tun. Oh, Moment. Nein, Moment. So. Na, das ist wieder böse. Aber ich bin... Ich halte mich die ganze Zeit so ein bisschen im Mittelweg auf, ne? Und er war extrem los mit seinen Verläsern mit Frauen. Ich hörte, dass... Oh. Well, du kannst nicht über das reden. Dieser liebste Mann ist Daniel und Anna. Hä? Vince? Vincent Brooks? Ja. Oh, do I know you? Es ist mir, Daniel. Wir sind in der Schule zusammen. Oh. Oh. What? Du nicht mich erinnerst? Oh. So, du bist Vincent. Du kannst das nicht. Du kannst, Vincent. Ich bin anders aus. Ich bin anders. Ich bin nicht derjenige Tagge. Ich bin derjenige Tag. Ich bin der Lieder. 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 Vielleicht habe ich eine Begegnung von unserer Gespräche heute. Anyway, ich kann nicht glauben, dass du mich nicht erinnern hast, Mann. Ich bin sorry. Telefon. Catherine. Oh. Weiß ich nicht. Kann ich das Bild anzeigen? Das gesehen? Tja, wenn es nur einen Ort gäbe, an dem ich mir das... Viele Cocktails tragen den Beinamen Fizz, aber weißt du auch, woher dieser Name stammt? Diese Cocktails wurden destilliert und hatten zusätzlich Zitrone, Zucker und Sodabwasser. Spritz! Cocktail Trivia für tonight. Was darf ich dir bringen? Bier, Cocktail, Whisky, Sake? Trink mir mal einen heißen Sake hier. Oh! Gib doch mal ein Schlückchen. So! Wir gehen mal ran. Ich wollte mir das Bild noch angucken. Oh, jetzt hab ich ihn gelogen. Es brennt? Was zur Hölle? Wir müssen mal eben auf die Toilette. Wie er läuft, ne? Irgendwie so halb so eine Mischung aus Stock im Arsch und weiß ich nicht. Nieren, Leberzirrhose. Wir gehen mal aufs Klo. Waschen unser Face. Yeah, Alter! Gusekbert! Zwei Euro. Meine Popertze juckt und muss gepudert werden. Ich empfehle... Penaten. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Gibt's Penatenpuder? Ähm... Handy prüfen. Holy shit! Alter! Aha! Äh... Wow, was für ein Foto. Schick mir keine Fotos. Will ich das wissen? Okay, wir geben mal Lob. Genau, meine Kragenweite. Findest du nicht, dass etwas zu viel ist? Das find ich sehr gut. Äh... Bis morgen. Ja. Schick mir mal ab. Haha! Ah! So, wieder runter vom Klo. Oh, da ist eine Polizei. Ja, ich störe Polizisten während ihrer Pause. Ich setze mich sogar dahin. Woher weiß ich, wie alt ich bin? Kennen die sich? Noch ne Nachricht. Tut mir leid. Vielleicht war ich etwas zu streng. Ich meine, ich habe mich mit dem Mutterschaftsurlaub und Geld belastet. Aber das ist, äh... Aber das ist wichtig. Also vergiss das nicht, okay? Ja. Ich weiß. Mach dir keine Sorgen darüber. Bye. Ja, ein bisschen Verhalten irgendwie, ne? Tschüss, Herbert. Handy prüfen, sprechen, Sitzplatz verlassen. Tja, ich würde sagen, wir haben hier mit allen geredet. Wir machen noch eine Nacht. Moins, Mr. Nobody. Ah, you're fine. Miss Kohnung to drink there. There are some things, that you shouldn't run from. But there are also things, that you should forget. Thanks, sir. You care yourself too, Erica. Don't worry, I'm not... Hey! Hey, I was joking. I was joking. Get you later. Brenn mit dem Polizisten durch. Ja, genau. So, ja. Gruß, Eckbert. Gruß, Eckbert. Gruß, Eckbert. Gruß, Eckbert, vielleicht. Ist auch wieder auf dem Sprung. Viel Spaß. Danke für die Unterstützung. Gruß, Eckbert. Thanks for the support. Und, äh, maybe wir sehen uns beim nächsten Mal, vielleicht. You can just... Stay the same. Ich weiß gar nicht, ob ich... Bis jetzt bin ich relativ neutral durchgekommen. Immer so ein bisschen gut, ein bisschen böse. Oh, but I plan to go back to work after having the baby. We'll just have to split up the housework, okay? You can't throw your clothes everywhere anymore. You're going to have to watch yourself from now on. You know what I mean, right? And all your late night drinking isn't cheap, you know? So I'll be handling all our bank accounts. Nick, mach's gut. Und schon ist er wieder dicht bis zum... Er hat echt ein Alkoholproblem, ne? Hä? Was ist das für ein Sommer? Ach, das... Soll es eine Klingel sein? Sei nur in der Nacht. Albtraum! Stage 4, Haus der Vollstreckung! Oh, meine geistigen Fähigkeiten werden auf die Probe gestellt. Oh Mann, ey. Warum werden meine geistigen Fähigkeiten denn... Da kann auch nicht viel bei rumkommen am Ende. Alter, oh, der OPZ-Kadett hasst er. Hier, Junge, gönn dir. OPZ, Alter. Vielen, vielen Dank für den Support. Danke für die Unterstützung. Und... So, da hab ich die Schafe... Vernichtet. Äh... Was ist hier nur los? Ich hab's irgendwie ein bisschen versaut, oder? Kann es sein? Ich hab doch keine Ahnung. Ich starte nochmal alles neu. Okay. Das kommt ja am Ende aufs selbe raus, eigentlich, oder? Alter. Alter! okay Ich höre die Glocken schon. Oh, shit. Wie soll ich denn da hoch jemals kommen? Okay, warte mal. Vielleicht den noch mit rausziehen hier. Na toll. Aua. Shit. Oh nein. Was hat er mir angetan? Das dicke Schaf hat mich geschubst. Das dicke Schaf hat alles kaputt gemacht. Das dicke, blöde Schaf. Das hat alles zerstört. Okay, ich dachte, es ist saved, aber nein. Das Schaf hat alles kaputt gemacht. Ich hab dich auf. Okay. Äh, 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 äh. Na toll. Äh. Äh. Der hat mir das Kissen weggenommen. Ah, ich bin oben. Boah. Alter. Pepe, gute Nacht. Was, das Spiel war dir damals zu krass. Ja, ist schon verwirrend, äh. Aber irgendwie doch so ein bisschen Trial and Error, Alter. Halleluja mich. Boah. Klar, nur brauchst du, aber ey, was will man machen? Da brauchst du ja richtig Hirnschmalz. Scharfen Polizeihut. Er ist auch da. Was, Polizist? Ich glaube schon, äh. Speicher erst mal. Nimm den Polizisten und lauf. Der mit den langen Hörnern hier. Er findet Gefallen daran. Ich weiß nicht, wie ich ihn fühle. Ich weiß, es ist falsch. Ich kann nicht stoppen. Ich kann nicht stoppen. Okay. Scharf mit Krawatte. Okay, okay. Ich kann das... Ich halte das Bimmel nicht aus. Deswegen müssen wir jetzt in den... in den Beichtstuhl. Oberwolf, gute Nacht. Das ist die Frage. Macht euch bereit für die Frage. Würden sie für Geld nackt in der Öffentlichkeit herumspazieren? Das sind aber auch Fragen, ne? Alter. Der, 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 der... Er kann sich nicht entscheiden. Er kann sich nicht entscheiden. Niemals, oder? Niemals. Triple King, ja. Schwierig, ne? Ist schwierig. Niemals, niemals. Schreiben die Leute, nee. Ja, Sergej sowieso. Aber auf deine Antworten kann ich nicht mehr hören. Okay, niemals. Wie viel? Moment, das vierte Stockwerk ist die Hälfte? Niemals, wie viel zahlen sie, weil... Tschüss, Heinz. Mach's gut. Tschüss. Jetzt die Frage, spielen wir noch bis zum Endboss, oder, ne? Das ist die große Frage. Wie, Moment. Das letzte für heute Nacht? Oberste Etage? Okay. Gab's hier nur zwei? Stehst vor einer steilen Wand. Bleibe ruhig. Okay, okay. Lass mich raten. Foto's! Foto's! Stay away from me! The child has a penis. The child. Do not die. All right, I got it. All right, I got it. Edge. Not bad. Edge. The... No! Ew! Edge. Edge. Oh! Oh! Don't leave me! Daddy! This was hit. Daddy, carry me! Nein. Nein, this baby! Na, 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 na! Now's not the time to be dead. The child has appeared. It's the killer. Do not die. This is the child has appeared. It's the killer. Do not die. I got it. Edge. Wo schießt es denn? Okay, es schießt irgendwie da. Moment. Okay, wir müssen uns... Die von... ... ... ... hinten irgendwie... Okay, okay. Äh. Ich brauch irgendwie... Okay, ich mach hier... Ich mach das. Wo... Wo denn? Alter, das Baby zermatscht mich einfach. Ich mach das. Nein, da komme ich nicht mehr hoch du blödes baby Kacke Mann Oh, das ist crazy I do, I, I, I versucht to not to die, aber the baby will mich freden, Alter Ich habe eine Ahnung, Alter Irgendwie muss ich doch hier rumkommen Shit, shit, shit Keine Ahnung Da komme ich nicht vorbei, Alter Es will doch nur Liebe Ich meine, bis hierhin ist ja super easy Den habe ich jetzt ja dann mittlerweile auch schon rausgefunden Aber hier komme ich Hier raus werde ich nicht schlau Ich komme hier nicht Keine Ahnung, ey Ich weiß nicht, was ich machen soll Hier habe ich einen Hänger, Leute Hier habe ich einen Hänger Ich weiß nicht, äh Ah. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich hänge hier einfach komplett fest. Weil da ist ja auch nichts mehr, wo ich mich irgendwie dran festhalten könnte. Na, man, man, dieses Baby. Die Technik, vergiss die Technik nicht. Aber theoretisch habe ich, wenn ich jedes Mal bis zum Kissen komme, habe ich ja quasi unendlich Leben. Aber was ist die Technik? Hier gibt es irgendwie keine Technik. Kann man da? Ist da noch einer drunter? Ja, aber da komme ich nicht mehr hoch dann. Na toll. Kann ich auch nichts mehr machen. Es matscht mich einfach. Es matscht mich einfach. Blödes Baby. Blödes Baby. Ich habe sonst aber auch keine Ideen. Weil es ist ja da irgendwie noch fest. Deswegen geht es nicht. Nein! Boden Baby, Boden Baby. Okay, ich versuche es noch einmal, Leute. Sonst gehen wir pennen. Mein Gehirn funktioniert nicht mehr. Das versuchen wir beim nächsten Mal. Das ist mal. Das ist verbirg. Entschuldigung. Ich werde es nicht mehr so sehen. Junge. 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 Au reis. Junge. 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 Das wollte ich gar nicht Ich will da rüber Es geht aber nicht Es geht nicht Ich kann nicht mehr Leute Das Baby hat einen Todesstrahl im Schnuller Love is over Wir beenden es hier Oh Hab ich gespeichert? Ja doch, klar Ich hab vor der letzten Frage gespeichert Wir müssen aufhören, Freunde Ich muss morgen früh raus, Alter Und dann Warte mal, da könnte ich doch jetzt eigentlich Die kannst du jetzt aufhören Das würde ich die ganze Nacht verfolgen Ah ne, das geht schon Das geht schon, weil ich weiß Ich werde bald weiterspielen Ne? So, zum Desktop zurück Ja, das ist natürlich die wilde Frage Was wird aus Catherine? Was wird überhaupt aus All den Leuten Werden die ganzen Alle Schafe sterben? Freunde Ich würde sagen Es war mir wie immer eine Ehre Wir haben leider immer noch keine Credits Ich hab eh so viel noch nicht wieder So viel noch nicht wieder neu gemacht Aber halt neuer Rechner Neues Glück Jetzt hab ich wenigstens einen geilen Rechner Äh Und kann da ordentlich was rausknattern Im Notfall Freunde, ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich Fürs Zusehen, ja Ich bedanke mich bei allen Menschen Die nett donated haben Ich bedanke mich natürlich bei allen Likeern Bei allen Bewertern generell Bei allen Menschen, die sich still Und leise den Stream angeschaut haben Um ein bisschen zu fatten Ähm Vielleicht werden wir morgen das Baby bezwingen Ja Reach Gaming An den Titeln sitze ich halt oft nicht lange Muss ich nur mal so sagen Ich will nicht angeben oder cool sein oder so Aber das ist so ein Titel jetzt wie heute Dann denke ich irgendwas mit Schafe Dann gucke ich Ja, Schafe, Schlafen Blubblub Wenn alle Kinder schlafen Such Kreis im Traum nach Schafen Passt gut zum Spiel Reimt sich schön Ist auch sexy Freunde Vielen, vielen Dank fürs Zusehen Ja, an alle Menschen im Chat Nicht im Chat Und für die 5 Euro noch von Wem kamen die denn gerade noch? Von Deliverport kamen noch 5 Euro Der Stream war so wunderbar Kreis War für uns heute Abend am Start Als Dank Lasst doch zum Abschied ein Like da Deliverport Vielen, vielen Dank Die Menschen, die Die liken wollen Die wissen schon Äh, wie sie das machen Ja Und die anderen können wir nicht zwingen Wir können sie nicht bekehren Ja Ich bedanke mich auf jeden Fall Bei euch allen Ja War mal wieder ein sexy Abend Ähm Ich hoffe Ihr kommt ein bisschen Klar mit dem bösen Terrorbaby Und der Oma Mit der Gabel Naja, wir hatten heute alles Omas mit Gabeln Terrorbabys Und Ärsche mit Zungen Haha Hm Freunde Vielen, vielen Dank Ja Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Stream wieder Ich weiß nicht genau Hm Ha Ich weiß nicht genau, ob ich es morgen schaffe Wir schauen mal Weil im Moment ist wirklich mit diesem ganzen Schneechaos und so Das hat mir heute schon den Tag ordentlich versalzen Ja Und das ist im Moment einfach dramatisch Wie gesagt, wir mussten heute Morgen Reifen wechseln und Repair-Kits benutzen Und dann zum Reifen wechseln fahren letztendlich Und es schneit und man kommt mit dem Auto nicht aus der Einfahrt raus Kannst du schippen, wie du willst Äh, ist so egal Naja Hm Mal gucken Vielleicht streamen wir morgen ein bisschen Es ist morgen Freitag, ne? Hatte ich schon mal gefragt vorhin, ja Vielleicht streamen wir morgen ein bisschen Mal gucken Kann ich aber noch nicht versprechen Ansonsten spätestens Sonntag Sonntag ist auf jeden Fall immer der Tag Der Tage Aber jetzt so nach zwei Tagen streamen Vielleicht mal einen Tag wieder Pause Samstag Mal gucken, je nachdem auch, wann Frau arbeiten will Muss Das ist auch so ein Ding Wenn Frau jetzt sagt, sie geht Sonntag nochmal rein oder so Dann geht sie eh Samstag früh ins Bett Dann können wir auch ein bisschen streamen Alter 700-Like-Liebe Ist natürlich auch sehr geil Das ist selten, ne? Dass ich hier in so einem sexy Stream 700-Likes erfahren darf Vielen Dank dafür Ich fühle mich gesalbt Liked mir ins Gesicht Okay Nein, das ist ein bisschen Kreis, übertreib mal nicht dein Leben, Mann Alter Okay Äh, Freunde Wir sehen uns morgen War ein schöner Abend Und denkt immer daran Ich Bin euer Vater Oh ja Ich hab's getestet Und es ist wirklich so Okay, nein, Leute Jetzt reicht's aber Ich wollte einfach nur irgendwas Dummes sagen zum Schluss Tja, wenn ihr Bock habt Beim nächsten Mal wieder mit dabei sein Vielen, vielen Dank an alle Menschen Und Knutsch auf den Arsch und so Ihr wisst das Wir sehen uns Wenn ihr Lust habt Dann beim nächsten Mal reingehauen Auf Wiedersehen Und Ciao Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Okay Ich aman